Hi Leute, wir machen weiter mit Prey und wir versohlen den letzten paar Wächtern hier noch ordentlich den Arsch. So die Theorie. Wenn der Part natürlich zu kurz ist, dann seht ihr das hier direkt an dem vorletzten oder letzten oder wie auch immer ihr versteht schon, was ich sagen will. Da ist er. Dankeschön. Lass das. Nimm das weg. Jetzt stirb halt endlich. Nope, weg damit. Aber die halten nicht ganz so viel aus wie der Boss. Aber ich vermute mal, es wird noch irgendeinen richtigen Boss geben. Ich hoffe es. Nee, ihr wisst ihr. Komm. Geh drauf, Mann. Jetzt haben wir gleich zwei da. Das ist ja optimal hier. Dann sind wir da weg. War ne kurze Freude. Shit. Volle Kraft voraus hier. Ich bin gleich tot. Ist nicht gut. Brauch ein bisschen Heilung. Oder wir gehen einfach mal. Da vorne ist Heilung. Daneben. So trifft man richtig. So trifft man heute. Okay, den Hammer. Und weg. Tja, ich dachte, das würdest du mir sagen. Auf jeden Fall ist die Stimme immer noch da. Dann haben wir den richtigen Wächter noch gar nicht erwischt. Oh, oh. Hi. Komm mal halt hinterher. Shit. Man darf natürlich nicht selbst in die Granate springen. Komm schon. Stirb doch einfach. Ist er tot? Nope. Jetzt ist er tot. Krass. Die halten aber echt gut aus hier, die Jungs. Die sind nicht von schlechten Eltern. Oh, oh. Komm mal her, das Ding. Komm mal her, Eldogo. Geh jetzt mal drauf. Wir brauchen wieder ein bisschen Heilung, Leute. Ansonsten sieht das hier übel aus. Und wie bestellt liegt es um der nächsten Ecke. Also war doch schon wieder irgendeiner. Okay, jetzt reicht es aber echt langsam. So, biebel dich mal wieder her. Ich habe das Gefühl, das tut dir dann am wenigsten weh. Dieser Schleimpopel. Die Waffe ist nie verkehrt hier. Mit der hat man ordentlich Bums. Zumindest wirkt sie so. Tja, wir machen das so lange, bis du umkippst, ne? Er hat schon gemerkt, dass er keine Chance hatte. So, das Ding wieder aufladen. Ey, guckt euch das an, wie viele Wächter das sind. Send as many fucking freaks as you want. It's you I'm after. I could command these keepers to slaughter you in an instant. Bullshit. Your life rests in my hands. As fast since you arrived here. But instead, I offer you their lives. As a sign of my... faith in you. Was, ich kriege jetzt die Wächter? Achso. Sie killt sie für uns. Was, ich soll da wirklich durchgehen? Ich meine, wir tanzen ja nur nach ihrer Pfeife. Das ist doch alles bis jetzt geplant von ihr. Na gut. Na gut. Mutters Umarmung. Mutter, wir kommen. Ich weiß nicht, ob das gut ist, was wir hier machen. Wir latschen wirklich durch jedes Portal, jeden Weg, die die uns hier vorgibt. Das ist bis jetzt... Ich zweifle da doch dran. Dass das alles so gut ist. Okay, abknallen können wir die Dinger nicht. In dem Ding. Das ist... Okay, das ist sowas wie das Zentrum der Macht dieser Aliens. Und das ist irgendein anderes Raumschiff. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Er wartet drinnen. Aua, 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 aua. Ich kann nichts machen, Leute. Keine Ahnung, was muss ich machen? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ah. Okay. Ähm, ich speichere einfach mal ab. Ich weiß es nicht. Irgendwie. Okay. Äh. Ah, ich muss die Dinger hier aktivieren. Jetzt habe ich es geschnallt. Irgendwie so, oder? So, die Theorie. Klappt nur nicht so richtig. So. Angedockt. Was hat das für einen Sinn? Ich weiß es nicht. Aber es bringt uns auf jeden Fall irgendwie weiter. Äh. Es steuert sich so ein bisschen schwammig. Oh, oh. Nee. Das war wieder nix. Das war nix, aber jetzt. Und Feuer. Okay. Allein mit dieser Technik hier werde ich wahrscheinlich nochmal drei Parts vollkriegen, wenn ich in dem Tempo weitermache. Da oben. Das nehmen wir jetzt mal her. Das sollte machbar sein. So, allzu viele sind es gar nicht mehr. Noch der da drüben und unten war, glaube ich, noch und da unten ist noch einer dran. Aber es sieht schon geil aus, das Ding. Aber da oben komme ich nicht dran. Das dreht sich halt nicht so richtig. Doch, jetzt. Jetzt. So. Ich glaube noch einen, dann haben wir es. Ich glaube noch einen. So. Haben wir es jetzt, oder? Das scheint so. Ich kann mich auf jeden Fall nicht bewegen. Ich bin. Willkommen. Du bist. Du bist Mensch? Ich bin. Ich bin. Ich wurde hier mehr Generationen vor. Ich hab hier so viele andere. Ich bin. Ich habe die Keeper der Sphäre vollkommen zu diesem sehr Schamber. Ich habe mich selbst verletzt, dass ich... ...exceptual. Es hat sich alt geworden, ...tired. Und es hat mir ein Verkauf gegeben gegeben. Meine Leute würden sich verletzt, ... 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 Okay, das scheint... ... ... ... Ich weiß es nicht. Machen wir erstmal die Dinger hier kaputt. Geht nicht. Leute, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich mit ihr nicht weiter verhandelt. Mit Terroristen wird nicht verhandelt. So ist die Devise. Tja, was ist jetzt das Ziel? Ich weiß es nicht. Vielleicht da, wo gerade der Blitz einschlägt, dass ich da irgendwas machen muss. Ich meine ganz ehrlich, sie hat uns ein Deal angeboten und jetzt schwebt sie vor uns. Vielleicht sage ich einfach ja. Das bringt gar nichts. Das bringt nichts. Das ist nicht das Rezels Lösung. Da unten ist da irgendwas Leuchtendes. Das ist irgendwas Leuchtendes, aber ich glaube das hat nichts damit zu tun. Ah, wartet mal. Vielleicht kann ich hiermit irgendwas machen. Aha. Wir machen einfach mal alles weiß. Hoppala. Sa, jetzt kann ich nicht mehr schießen. Na, tolle Wurst. Ach, ich kann die Pfeile wieder einsacken. Gut zu wissen. Das scheint schon mal gar nicht so verkehrt zu sein, oder? Fehlt noch irgendwas da unten? Noch irgendwo hier eine Plattform, die eine draufkriegen will? Bitte melden bei Tommy. Ich glaube wir haben alles. Ich bin der Meinung, wir haben alles. Oh, hi. Alles klar. Das ist es auf jeden Fall. So können wir ihr wehtun. Und dann wieder Seelen einsacken hier. Das ist frei um. Ah, das machen wir doch voll das Ding hier. Sind hier noch irgendwo Aliens? Hör auf damit. Ich hab was zu tun hier drüben. Hör auf, mich zu schießen. Ich muss die Menschheit retten. So, die Theorie. Irgendwie verliere ich doch relativ viel Energie. Oh. Sie kann uns one-shotten. Zumindest, wenn ich nicht allzu viel Energie hab. Krass, ich treff gar nichts mehr hier. Da hat irgendwie der Wurm drin. So, da sind wir wieder, Lady. Keine Ahnung. Kann ich sie jetzt vielleicht treffen mit einem Seelenwanderungsding? Wir können sie auf jeden Fall noch nicht treffen. Hab ich das Gefühl. Da oben ist noch so eine Plattform. Ne, das ist nicht. Ist es dann doch nicht? Leute, ich weiß nicht, was ich machen muss. Ich kann ihr so nicht wehtun. Oder kann ich so? Nope. Nope, nope, nope. Nope, 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 nope. Verdammt. Das wirkt dann doch etwas komplexer, als ich anfangs dachte. Die kleinen Wichser, die nerven mich schon. Okay, das hat überhaupt keine Auswirkung. Leute, ich hab keine Ahnung. Das tue ihm halt nicht weh. Irgendwie muss ich doch die Dinger jetzt zerstören, oder nicht? Oder die? Oder irgendwas anderes? Bin gleich wieder tot. Ich seh's schon kommen. Hm, da sind wir wieder hier. Wie kann ich es besiegen? Okay, auf jeden Fall ist das Spiel erstmal wieder hängen geblieben, Leute. Na gut, wir sehen uns gleich wieder da. So, Leute, da sind wir wieder und wir probieren's einfach nochmal. So, das war ja auf jeden Fall gar nicht so verkehrt. Das muss schon mal das Rätsel zu lösend sein. Nee. So, da unten das noch. Und dann haben wir's doch schon, oder? Immer noch nicht. Mist, da oben das noch. Komm, dreh dich mal ne Runde. Oh oh, jetzt kommen die Ariens. Jetzt kommen sie, Drecksbiester. Keine Ahnung, vielleicht hätten wir ja noch nicht alle abgeschossen hier. Hm. Ich weiß es nicht. Wir werden es gleich sehen. Ich vermute mal, das ist es einfach, die Dinger hier zu zerstören. Aber wir treffen ja eben das Vieh in der Mitte eigentlich gar nicht. Da unten ist es noch. Da unten müssen wir noch einmal treffen. So, ja nochmal, da oben war noch was. Alter, jetzt schießt es hier auf mich. Seht ihr noch irgendwo was? Ich seh... Jetzt weiß ich nicht mal genau, was mich getroffen hat. Bin ich einfach gestorben. Das muss es ja irgendwie sein, dass man was mit diesen komischen Gläsern da macht. Auf jeden Fall tut es ihm weh, oder? Das ist schreit. So die Theorie. Guck mal her, gib mir noch mal hier ein bisschen Feuer. Das ist hier noch irgendwo ein weißes Ding, weil ich noch nicht abgeknallt habe. Da. Ah, da kommen die Nächsten. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Wenn Gegner kommen, kann es nie verkehrt sein. Komm schon, da unten noch. Ja, noch. Oh, unser Vöglein macht irgendwas. Irgendwas macht es. Okay, der Piepenherz, der regelt das für uns. Und das scheint es immer noch nicht gewesen zu sein. Ich sehe in dir, was die Spare saw in mir so lange vorhin. Die Spare zu den Warrior. Es ist die Kräfte, die dich der perfekte Mensch, um mich zu verabschieden. Ich bin nicht hierher, um mich zu verabschieden. Ich bin hierher, um dich zu verabschieden. Nicht verabschieden deinen Zeit, mit ein paar Zeit zu verabschieden, um mich zu verabschieden. Ja, das können wir gerne machen, aber erst mal ruhig hier die Muni. Tut mir ihm weh? Ich weiß es nicht. Ich treff's überhaupt nicht, aber es tut ihm auch nicht weh. Aber es hat ordentlich Bums. Okay, muss ich die Umgebung vielleicht irgendwie nutzen? Da hinten ist irgendein Schalter. Das benutzen wir mal. Das hat keine Konsequenzen hier. Das ist es nicht. Okay. Ah, hier müssen wir uns reinlocken. Oder? Das wird auf jeden Fall nicht verkehrt sein, das einfach mal auszuprobieren. So, Lady. Okay. Viel verlieren tut sie dadurch nicht. Aber verkehrt war's auch nicht. Komm mal her, rüber. Komm mal her. Komm mal her. Aua, 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 aua. Nee, hier rüber sitzt zu kommen. Okay. Wenn das wirklich so einfach ist, dann ziehen wir das so durch. Scheint auf jeden Fall zu funktionieren. So, jetzt kommst du mal wieder her. Nein, 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 nein. Sieben. Und volle Möhre drauf. Ja, vielleicht kein Schutzschild aktivieren. Mann, Mann, Mann. Bin ich manchmal dämlich. Los, komm her. Ey, mach das nicht kaputt. Komm jetzt her. Die macht das halt immer wieder kaputt hier oben. So, die Theorie. Sie fällt immer wieder drauf rein. Tja, eigentlich muss ich nur an der einen Stelle hier bleiben. Das mache ich auch. Warum sollte ich meine Taktik jetzt noch ändern? Wenn ich herausgefunden habe, dass sie so super ist. Die ist wirklich nicht verkehrt hier. Daneben. Komm. Noch ein bisschen her. Komm schon. Komm schon. Na los. Fein. Genau so. Komm, noch ein... Na, er will noch nicht. Okay, wir könnten das wahrscheinlich sogar beschleunigen, und den man dann immer mal wechseln zwischen den Dingern. Aber wahrscheinlich würde ich da nur drauf gehen. Von daher bleibe ich jetzt einfach bei der Taktik. Denn ihr Bewegungsmuster ist doch relativ strikt vorgegeben. Die macht immer wieder dasselbe. So, jetzt geht sie da rüber und dann kommt sie. Zwei. Das war's. Weil ich's kann. So, jetzt geht's. Wie geht's. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. This world is pushed, but once I'm gone, you must bond with the Sphere in my face. You cannot imagine the power you will gain! I think we are now in the Sphere, right? We have now taken our place. I wanted to avoid it. To be honest, that's not how I imagined it. So much power! What can I do? Anything? Hear my voice, Damasi. Such power is an illusion, my grandson. It comes with a terrible price. But I can do great things! I can do great things! Listen to your heart. You know what must be done. Yes, and easy. I must... Okay. Ich würde mich wirklich gerne entscheiden. Ich bin mal gespannt, ob uns die Entscheidung abgenommen wird. Oder ob wir wirklich die Entscheidungsfreiheit hier haben. Wasst das garland? Es ist ja nicht so gross. Ja nicht, dass wir alle helfen. Enden Sie sind für alleブehrer. Es ist ja nicht so gross. Großartig, bin ich... Nein, Großartig. Es ist noch nicht dein Zeitpunkt. Die Sphäre? Die Schmerzen? Die Schmerzen? Die Schmerzen? Die Schmerzen? Die Schmerzen? Die Schmerzen? Ihr Name wird hier immer wieder gegründet. Und in den Harten der ganzen Cherokee. Die Anni-Woody wird nie vergessen, was du getan hast. Und jemand wünscht dich, über alles zu bedanken. Jen? Hallo, Tommy. Jen, ich bin sehr entschuldigt. Oh, keine Ahnung. Ich bin von meinen Schmerzen hier. Der Schmerzen der Cherokee befindet diesen Ort. Es fühlt sich nach Hause. Ich wünsche dir nur, dass du bleiben kannst. Ich kann nicht? Jen, der Schmerzen ist hier jetzt. Aber du gehst in der Welt. Wann werde ich dich wiedersehen? Wenn dein Zeitpunkt kommt, werde ich gleich hier. Ich warte auf dich. Bis dann, werden wir dich übersehen. Tommy. Es ist Zeit. Auf Wiedersehen, Tommy. Du bist ein großer Mann geworden. Tja, Leute. Das war Prey. Wir haben es durchgezockt. Wir haben die Sphäre besiegt. Und anscheinend hat Tommy sich für das Richtige entschieden. Und nicht dessen Platz eingenommen. Sondern hat sie in dem Feuer der Sonne verglühen lassen. Und er bekommt nochmal das Wunder des Lebens geschenkt. Darf jetzt auf der Erde nochmal bis zu seinem Ende weiterleben. Und dann darf er erst wieder mit Jen vereinigt sein. Cool. Clevere Story. Sehr überraschend. Hat doch ein gutes Ende gefunden. Und die gute Jen, die bleibt entscheidend im Gedächtnis. Und wird über ihn ja weiterhin wachen. Na gut, Leute. Viele geile Mechaniker hatte der Shooter, muss ich sagen. War ganz lustig. Und das Ende doch so wie man es erwartet hat. Es gab doch ein Happy End. Und Tommy hat sich ja doch für das Gute entschieden. Okay, Leute. Wir haben das Spiel durchgezockt. War richtig gut. Wenn es euch auch gefallen hat, wir belassen es dabei. Lasst mir die Daumen da. Abonniert den Kanal. Bleibt immer wieder dran. Ja, ich verabschiede mich. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein. Adieu. Euer Fördefranz. Hier auf Linda. Tschüss. Das ist es das. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Next on Science Week, special guest Professor Greta Caldwell from Normal State University will discuss her theories connecting solar flare activity in recent months with the freak storms of last spring are you still open? Greetings, Tommy I thought you were dead How did you escape? The portal we built worked but not the way we expected I was rescued by powerful beings They've taken notice of you and have sent me to find you What are you talking about? No one knows what I did up there Not on this world, no but your actions are well known elsewhere These beings are very anxious to meet to meet the great Domasi Tawudi Let me introduce you Come Tomasi Tawudi 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 Untertitelung des ZDF, 2020